Willkommen zurück zu The Division 2 und einem weiteren Guide von mir und heute wird es um das Talentsystem gehen. Ich werde euch zeigen, wie das Ganze mit den Attributen zusammenhängt und worauf ihr achten müsst, wenn ihr einen eurer Skills freischalten wollt. Und wenn ihr auch in Zukunft kein Guide, kein Infovideo mehr verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt abonnieren. Ich werde jetzt mal hier kurz mein Equipment aufrufen und zeige euch schon mal die erste Sache. Und zwar haben wir hier oben einen Kreis mit den Punkten und zwar 450. Das ist jetzt momentan der Gearscore, den ich hier angelegt habe. Dann haben wir hier ein Batteriesymbol, das steht für Elektronik. Wir haben hier ein Schild, das steht für Schutz. Und wir haben hier unten so eine Art Fadenkreuz, das steht für Schaden. Und jetzt werde ich euch als erstes mal zeigen, was hinter diesen Symbolen überhaupt steckt. Wie ihr sehen könnt, bin ich hier in meinen Rucksack gegangen und habe mal hier den Rucksack aufgerufen, den ich im Moment trage. Denn ich möchte mit euch ganz gerne hier über die verschiedenen Symbole sprechen. Und fangen wir mal an mit Elektronik, also mit diesem kleinen Batteriesymbol. Und wenn wir jetzt bei dem Rucksack schauen, den ich im Moment trage, dann sehen wir hier unten auch eines dieser Batteriesymbole. Und hier wird meine Fertigkeitenstärke erhöht. Es ist aber nicht immer so, dass die Batterie zwangsläufig für Fertigkeitenstärke steht. Denn die kann zum Beispiel auch hier eine Verringerung des Cooldowns machen oder kann auch noch andere Auswirkungen haben. Das heißt also, nicht immer ist dieses Batteriesymbol oder die Energie gleichzusetzen mit Fertigkeitenstärke. Also da müsst ihr drauf achten. Dann rufe ich meinen Rucksack, den ich im Moment trage, wieder auf. Und dann schauen wir mal beim nächsten Symbol. Ich habe hier, wie gesagt, dieses Schild, also diesen Schutz. Und in meinem Fall ist es so, dass ich jetzt einen Rucksack habe, der mir meine Rüstung erhöht. Das muss auch nicht immer nur die Rüstung sein. Das kann zum Beispiel auch die Lebensenergie sein. Es kann Gefahrenschutz sein und so weiter. Also auch hinter dem Schildsymbol können sich verschiedene Attribute verbergen, die eben dafür da sind, euch zu schützen. Das heißt Lebensenergie, Rüstung, Gefahrenschutz und so weiter. Also ganz wichtig, dass dahinter auch immer was anderes stecken kann. Wie zum Beispiel jetzt bei dem Rucksack, den ich trage, der Rüstungsbonus. Und das Gleiche haben wir dann nochmal hier beim Schaden. Ich habe hier einmal eine kritische Trefferchance von 6%. Die wird mir hier erhöht. Dann habe ich hier Schaden durch kritische Treffer, wird mir erhöht. Es kann aber auch sein, dass man, wartet mal, hier habe ich glaube ich einen Rucksack hier unten. Da ist viel mehr drauf. Genau. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel der Schaden allgemein, also der Waffenschaden erhöht wird. Oder es kann sein, dass ihr Schaden für eine bestimmte Waffe bekommt. Also wie gesagt, auch hinter diesem Symbol können sich verschiedene Werte oder verschiedene Attribute verbergen, die dafür da sind, euren Schaden zu erhöhen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier nochmal mein Equipment aufgerufen. Denn wir werden jetzt über die Zahlen sprechen, die hier in den verschiedenen Symbolen drin sind. Und wir nehmen hier mal die Elektronik. Und zwar habe ich jetzt hier meine Maske. Die werde ich mal aufrufen. Und ihr seht, ich habe hier unter den Attributen kein einziges dieser Batteriesymbole. Dann gehe ich mal einen Schritt weiter, rufe meine Brust auf. Und hier bei der Brust, seht ihr, da habe ich in der Tat eines dieser Batteriesymbole und bekomme in dem Fall Fertigkeitenstärke. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter zum Holster. Und dann schauen wir auch beim Holster hier oben, das ist ja mein Holster. Da habe ich auch wieder eines dieser Batteriesymbole und bekomme nochmal Fertigkeitenstärke. Der nächste Schritt wäre der Rucksack. Das wissen wir ja jetzt schon. Auf dem Rucksack habe ich dieses Batteriesymbol. Das heißt also, ich hätte jetzt schon bei meinem Equipment, was ich zurzeit trage, dreimal Batterie. Und deswegen könnt ihr euch darauf verlassen, dass weder auf den Handschuhen noch auf den Knien eines dieser Batteriesymbole sein wird. Schauen wir mal nach, ob das stimmt, was ich euch erzähle. Ihr seht, hier ist kein Batteriesymbol, sondern Schutz und Schaden. Und auch auf den Knien wird es ähnlich sein. Da ist keines dieser Batteriesymbole drauf. Also unter den Attributen finde ich keinerlei Elektronik. Das heißt, ich finde in dem Fall nur einmal Schaden. Das heißt also, wenn ich mein ganzes Equipment betrachte, habe ich insgesamt dreimal dieser Batterien. Und das ist ganz wichtig, denn darüber werdet ihr eure Talente freischalten. Ich rufe jetzt mal die Knie auf, denn ich habe hier Knie an. Da habe ich ein Talent drauf. Das bekomme ich eben nicht freigeschaltet. Denn ich habe nur viermal dieses Schutzsymbol. Also ich habe nur Attribute drauf, die mir viermal Schutz gewähren. Ich bräuchte aber für dieses Talent, also Geduld, insgesamt siebenmal dieses Schutzsymbols. Also ich bräuchte siebenmal das Attribut Schutz, um hier eben dieses Ganze freizuschalten. Das heißt also in dem Fall siebenmal oder mehr. Und ist in meinem Fall nicht der Fall. Wenn ich das jetzt freischalten wollte, dann müsste ich eben hergehen und müsste schauen, dass ich vielleicht Knie bekomme, die mir nochmal ein bisschen mehr von diesem Schutzsymbol bieten. Also die mir noch ein bisschen mehr Schutz bieten. Und es kann eben durchaus sein, dass man dann eben Knie hat, die eben hier das Attribut Schutz drauf haben. In meinem Fall ist es eben so, dass ich ganz gerne diese Knie behalten möchte. Denn das Ganze bietet mir einen Set-Bonus, wie ihr seht. Hier so ein Zweier-Set-Bonus. Und deswegen werde ich die Knie vorläufig behalten und auf dieses Talent verzichten. Es gibt aber noch andere Anforderungen als nur hier benötigte Werte in Schutz oder in Elektronik oder in Schaden. Es gibt auch Anforderungen, da ist es so, dass ihr eine bestimmte Waffe tragen müsst. Wie zum Beispiel hier bei diesen Knien. Wenn ich jetzt dieses Talent freischalten wollte, dann müsste ich eben ein Scharfschützengewehr benutzen. Das heißt also, mitunter sind Talente davon abhängig, was ihr hier an Attributen habt, um dieses Talent eben freizuschalten. Es kann aber eben auch sein, dass ihr eine bestimmte andere Anforderung habt, zum Beispiel eine Waffe, die ihr tragen müsst. An der Stelle hoffe ich mal, dass ich euch das ganze System so erklären konnte, dass der ein oder andere, der das System noch nicht richtig verstanden hat, in Zukunft keine Probleme mehr haben wird. Natürlich würde ich mich auch an der Stelle wie immer über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Ich würde mich über ein Abo von euch freuen. Schaut auch gerne mal bei mir auf Twitch vorbei, da streame ich sehr oft. Auch da könnt ihr mir gerne jederzeit Fragen stellen oder stellt eure Frage direkt hier unter dem Video in die Kommentare. Ich lese mir das auf jeden Fall durch und dann sehen wir uns demnächst wieder. Euer Latan. Ich lese mir das auf jeden Fall durch und dann sehen wir uns demnächst wieder auf jeden Fall.